und hier ist er ich grüße euch ich kann dabei leider nicht ernst nehmen aber ich möchte euch heute diese wunderschöne lord of the rings lampe zeigen ich bin total schock verliebt ich hätte nie gedacht dass sie so groß ist darf ich euch zeigen wie schön ist sie schaut mal auf die details ihr findet das alles unter sicheren duftlampen.de mein bad verrutscht leider so ist es wohl bei einer live aufnahme schaut euch das mal an und jetzt kommt ich finde es so toll diese details da hinten da ist der gandalf mordor es ist so ein schönes ding schaut euch bitte auch mal die schale an lord of the rings ich bin so ein herr der ringe fan hier ist die gravur die auch in dem ring dabei ist die im ring drin ist also ich finde es unglaublich cool schaut euch das mal an ich mache sie jetzt mal an und dann seht ihr sie leuchten wie schön ist sie bitte unsere herr der ringe lampe schaut auf sichere duftlampen.de da findet ihr alle weiteren details dazu bei fragen meldet euch gerne und natürlich gibt es auch den duft lord of the rings mit dazu richtig gut mit waldblüten mit so ein bisschen wald duft ein bisschen parfümig richtig richtig gutes stück schaut da gerne auf sichere duftlampen.de und ich verzauber ich hoffe die lampe verzaubert euch genauso wie mich und ich wünsche euch einen wunderschönen nachmittag der gandalf verduftet bis dann ciao und ich hoffe die